ARD Text im Auftrag von Funk Ja, 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 wir sind wieder da. Uff. Irgendwie merkt ihr das jetzt? Der Sound ist da, aber es bewegt sich gar nichts. Ich will jetzt schnell warten bis sich das geladen hat. Weil... Hey nein, aber ich will nicht mehr da raus. Was? Versteck mich jetzt da rein. Vielleicht ist das ein Clou, weil die Lichtgestalt war auch da rein. Ja, scheisse! Was soll ich machen? Ich habe Angst. Um raus zu gehen. Wir haben es gesehen in der letzten Folge. Das ist die Hölle. Das ist echt die Hölle da. Das ist echt die Hölle. So Waffen und so nützt eh nichts. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Ja, ja. Ich weiss. Jetzt kommt wieder der Fick da um die Ecke. Schau. Oder nicht? Ist jetzt der Spuk vorbei? Eigentlich. Ich... Was haben wir hier? Weil ich habe sie ja jetzt da, weisst du? Abgeschlossen, nicht? Wahr. Aber ich würde gerne jetzt da irgendwie nördlich gehen. Und dann so da hin kommen. Scheisse! Oder was soll ich jetzt noch den Weg machen? Da habe ich eigentlich gar keine Lust. Oder bin ich da... Weil ich bin doch da... Genau, ich bin da unten durch. Da habe ich das gefunden. Da habe ich irgendwie den Weg da gefunden. Und bin da unten. Da ist halt... Ja, das ist halt... Ja. Ja. Gehen wir jetzt nicht auch nachher wieder. Hey. Also, kommt da jetzt wieder etwas. Und ich freue mich wirklich darauf. Zu verschrecken. Nein. Das mal nicht. Gut. Toll. Bin ich da jetzt safe, Mann? Ich weiss es nicht. Ich kann sonst... Eigentlich nach jedem Punkt sonst... Also, nach jedem Ort, wo ich besucht habe und entdeckt habe... Ist nachher eigentlich gut gewesen. Also... Bin ich so... Safe gewesen. Ich habe mich auch so gefühlt, ja. Ja. Und jetzt irgendwie überhaupt nichts. Soll ich da runter? Soll ich da oben durch? Ich weiss es nicht. Oh ja. Da kann ich nicht. Ja, ja, ja. Ist gut, Wind. Nein, ich fühle mich gar nicht safe. Ich fühle mich gar nicht safe. Ich fühle mich gar nicht safe. Komm, ich gehe gerade runter. Vielleicht hat es mir dann gerade... Au. Nein. Hat mich nicht. Hat mich nicht. Aha. Es hat mich nicht. Es hat mich nicht. Was soll ich jetzt durch? Da. Oder da. Ich glaube mehr da so. So wirklich nördlich, oder? So. Und wieder die Musik. Da hinten kommt die Musik. Das ist nicht gut. Trotzdem gehe ich. Mal schauen. Weil... Ich könnte ja etwas finden, wo eigentlich... Ja, genau. Ja. Einmal mehr wieder da in der Hütte. Ja. Es war wirklich eine gute Idee, dort zu schauen. Zu schauen. Ja. Komm, ich... Ich weiss jedenfalls nicht. So. Wenn ich mich da eingehen, hört es amig auf. Ist das der Clou? Ist das die Möglichkeit? Womöglich. Ich habe immer noch Angst da. Das verschrecken mich auch immer die Scheiss-Türen, Mann. Oh. Wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal da runter. Wir gehen einfach nicht da hinten. Das ist doch ein Plan, oder? Ich habe ja wirklich das Gefühl, die Musik macht so... Ist so... Sagt so, komm nicht. Es ist gefährlich da. Und wo ist jetzt die Falle da? Da hat es doch auch noch eine gehabt, oder? War nicht gemein. Oder ist das nicht da gewesen? Aber es tönt schon wieder und macht. Ich würde gerne... Speichern dann wieder... Also ich habe zwar erst gerade... Ja, in dem Hütli. Aber ich würde nicht immer wieder dort rauslaufen. Jetzt sieht das ein wenig bedrohlich aus da. Einfach nur Schnee und zu Schnee. So fallenmässig meine ich. So, ja. Sie ist wenigstens offen. Ist die andere auch offen gesünd? Ich kann sie einfach nicht sehen, oder? Ja, das ist ja gut. Ist ja gut. Und es passiert wieder etwas. Und der Gritti hat schon wieder Schess. So, ja. Wenigstens mal etwas heller. Nein, und das ist nicht gut. Oder? Fuck. Ich meine immer... Hey nein, es ist so... Ey! Ich habe das Gefühl, die ersten paar Folgen sind überhaupt nicht so schlimm gewesen. Nie so bedrohlich. Wird es immer schlimmer? Oder was ist da los? Ja, ich gehe jetzt schnell hier rein schauen. Ja, du siehst. Da finde ich wieder etwas. 69 nördlich. 71 östlich. 69... Ja, gut. Was wäre denn das, he? Jetzt gehen wir... Also, ich meinte jetzt, ja. Ich bin da auf dem Weg. Was finden wir da eigentlich? Es müsste irgendwo da sein. Etwas 46, 84. So um da herum. Ah, 45, 84. So da... Ah, da muss ich... Das ist sicher ein Wald, oder? Ach, ich habe so keinen Bock. Mhm, mhm, mhm. Ist es gut? Nein, es ist... Ah, ich schaue nicht zurück. Es ist wirklich immer, der... Der Nebel kommt auch nicht mehr. Der Nebel hat wenigstens... Du hast gewusst, du musst rennen, du musst weg von dort. Aber... Irgendwie passiert das gar nicht mehr. Es ist einfach überall gefährlich, oder? Da meine ich das jetzt wieder nur, ey. Okay, da könnte man irgendwie runter. Aha, da könnte ich wieder... Ah, da könnte ich safe. Da könnte ich safe gehen. So ein Ding, und so. Richtig... Richtig, ähm... Ich würde sagen, Homebase, oder so. Ja. Ja, ich würde sagen, das würde dann... Dort zurückgehen, aber das müssen wir ja eigentlich nicht. Und darum lassen wir das. Dann haben wir... Da noch die Möglichkeit... ...hut zu gehen. Ja, ist gut. Aber ich würde sagen, wir gehen eben... Du, 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 da sind wir hergekommen. Ach... Wo kommt man noch runter? Ähm... Ich würde dann meinen, wir gehen da hinten, oder? Oder? Oder ich stehe jetzt irgendwie so da. Ich würde da hinten gehen, denke ich mir. Da unten... Ja, ich weiss, wir müssen mal noch da unten. Aber da... Ich glaube, wir könnten auch so, weisst du, oder? Drum. Ah. Voller Elan! Und Todesmut! Gehen wir. Aha. Ähm... Ja... Ist jetzt da mal so ein wenig... ...weniger... ...geförlich. Okay, da gängt es... Ui, ich gehe mal da... ...schauen... Ja, komme ich aber wahrscheinlich nicht durch, oder? Ist das dann echt ein Weg zurück, vielleicht? Dann müssen wir wohl über da durch... ...da unten... Ah, jetzt fühle ich mich schon wieder etwas besser, wenn es so etwas hell ist und so... ...und so soundet die ganze Zeit, wie verrückt... ...wie wild... ist es doch ein wenig besser... ...sehe ich dort etwas? Ah, das ist einfach so ein... ...Felsen gewesen, hm? Bin ich da jetzt schon in dem Wald? Nein... ...nein... ...hä? Ich denke es nicht. Ich meinte, da sehe ich wieder etwas... ...und dem war nicht so... ...gut, haben wir das auch gesehen... ...und gehen wir da durch, weiter... ...und plötzlich ist er ruhig... ...das ist irgendwie auch nicht schön... ...pfff... ...ah, Mann, ey... ...jetzt habe ich mich wenigstens ein wenig beruhigt... ...also es war wirklich schlimm... ...wirklich schlimm gewesen... ...vor allem letzte Folge... ...mein Gott, du... ...da ist schön ruhig... ...schön ruhig vor allem... ...schön, ja... Hallo... ...da ist nichts... ...da habe ich... ...ich rede mir immer selber ein, dass ich safe bin... ...und ich glaube es mir auch noch... ...okay, da hat es wieder so ein... ...ah, weisst du was... ...ich weiss glaube ich, wo ich bin... ...ich glaube ich in der ersten Folge oder so... ...oder... ...ist das die erste gewesen... ...oder die zweite, wo ich da... ...wie bin ich da unten drauf gegangen... ...die dann... ...vom Nebel, genau... ...das ist der Nebel gekommen... ...ist das echt die Möglichkeit... ...ja, das ist der Wald... ...ja genau, da unten kommt der Nebel... ...und so etwa 700... ...also 700... ...wahrscheinlich die neun... ...Lichtgestalten... ...die so davorrennen... ...und dann... ...hat ich es irgendwie nicht so schnell... ...dass ich auch rausrennen... ...also mal, ich bin schon auch gerannt... ...aber... ...hat nicht so wahnsinnig... ...schnell... ...so mehr so... ...jaja... ...das macht schon nichts... ...oder... ...ich komme schon davon... ...ja, es war nichts... ...ich bin ich das erste Mal gestorben dort... ...oder... ...das habe ich drin lassen... ...oder habe ich jetzt rausgeschnitten... ...nein, das habe ich glaube drin... ...ja, jetzt geht es dann gerade los... ...ich nehme jetzt die Spannung ein wenig raus... ...einig mehr für mich... ...tut mir leid, wenn ich das für euch jetzt auch mache... ...aber da links... ...sehst du... ...da unten links... ...ja... ...ja, das sehe ich schon... ...da rennt es... ...und dort kommt der Nebel... ...und von hinten kommt es auch... ...und da rennt es... ...und ich renne mit... ...das letzte Mal habe ich wirklich nicht gewusst... ...wo ich muss hernehmen... ...wescht den dänen an... ...aber die sind ja eigentlich... ...die traurig ist ja... ...die sind ja drauf gegangen... ...also vielleicht dänen an... ...ist vielleicht gar nicht das Scheitste... ...sieht es aus... ...als könnte man da... ...zwischen durch... ...komm, komm, 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 komm... ...ich kann immer schissen... ...mach nicht mehr... ...oh, oh, oh, oh... ...oh, oh... ...nein, da komme ich nicht mehr durch... ...schau... ...das arbeite ich nicht mehr... ...komm, das arbeite ich... ...uh... ...lauf, lauf, lauf... ...lauf, Forest... ...er mag nicht mehr... ...ei... ...er mag nicht mehr... ...oh, oh, 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 oh... ...hab ich es geschafft, hab ich es geschafft, hab ich es geschafft, hab ich es geschafft... ...nein, ich habe es nicht geschafft... ...er mag wieder... ...dich rennen... ...woahne... ...och... ...hoff nicht mehr... ...ist gut, ist jetzt gut... ...ich kann ein wenig scheisse... ...dass ich da... ...wenn ich da runtergehe... ...dass ich nicht mehr hochkomme... ...bieder... ...oh, oh... ...ein Baum... ...ja, das sieht doch... ...das sieht doch nach etwas aus, oder? ...schon, hm... ...schon, hm... ...ah, kann das jetzt... ...habe ich es jetzt schon geschafft, oder? ...marschintlich nicht... ...nein, ist noch nicht safe... ...ist noch nicht safe... ...sich noch nicht safe... ...hallo, ich bin's... ...däht... ...ist etwas... ...ah, da ist etwas... ...was... ...woah... ...einiges... ...weniger... ...gefürchtig gewesen... ...ja gut, ich habe es halt auch schon gekannt... ...und darum, ja... ...aber ja, sonst glaube ich... ... ...the sun is just starting to set... ...I see it like I am there myself... ...as if I'm... ...standing there in the middle of the forest... ...I'm not sure... ...what is going on with reality... ...I'm writing with my own blood on a tree... ...my own name... ...Anton... ...no, not mine... ...his... ...the sun is just starting to set... ...orange mist... ...orange mist all around... ...I see their bodies coming out of the woods... ...I hear a scream... ...a horrific scream of terror... ...is that my voice? ...I think it is... ...where is Anton? ...where did he come from? ...how did he get in? ...the sun is just starting to set... ...he's in me... ...he's in my head... ...he's coming in through my eyes... ...the eyes... ...are windows to the soul... ...he has no soul... ...where... ...is Anton? ...I don't know... ...I can feel them... ...whisper into my ear... ...now... ...you are ours... ...you will never leave us! ...I'm calling him... ...I'm calling Anton... ...where is Anton? ...I don't know... ...I see nothing... ...my eyes are overflowing with blood... ...I have to escape... ...I have to run away... ...I have to start running... ...I saw... ...he's just starting... ...to set... ...boah... ...oh oh... ...look at me... ...the compass... ...no... ...not the T... ...back... ...1996... ...can we look at... ...uh... ...hoffendly... ...oh... ...there is nothing... ...ah... ...shit man... ...weird at this... ...sieche... ...oh... ...weird at this story... ...man... ...what was was... ...39... ...I don't know... ...I don't want to go... ...39... ...8... ...it was... ...or... ...aah... ...echt... ...irgendwas... ...oh... ...jesus... ...bind ich jetzt da... ...uh... ...grennt... ...oder... ...da... ...scheisse... ...und wo sagt das... ...47... ...73... ...47... ...3... ...ja... ...da... ...ha... ...da habe ich aber noch nie geholt... ...ne... ...ok... ...dann wäre da noch etwas gewesen... ...zum holen... ...muut ich mal merken... ...ja... ...und ich bin jetzt da durch... ...und da... ...gesehen... ...da habe ich gekehrt... ...und bin nördlich weggerannt... ...ich glaube ich bin da durchgerannt... ...kann das sein... ...das bin... ...nein... ...ich bin doch zurück zum Wald... ...ah... ...ich weiss es nicht... ...ich bin gerade ein wenig verloren... ...kommt denn der Nebel jetzt wieder... ...das ist schon da gewesen... ...oder... ...ich denke schon... ...ich denke schon... ...oh... ...was ist da... ...man wir da drauf... ...laufen... ...ich probiere jetzt einfach... ...ich glaube... ...also ich habe mal gehört... ...wenn Schnee darauf liegt... ...auf dem Eis... ...ist es relativ safe... ...so... ...vor allem am Rand und so... ...aber ich bin ja da... ...häh... ...nicht so ganz sicher... ...vor allem nicht in diesem Spiel... ...oh... ...reichtet jetzt etwas... ...reichtet doch etwas... ...oder... ...gann wir das... ...gann gucken... ...wo ist eigentlich der Anton... ...wenn wir ihn mal braucht... ...und... 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 ...und...